Schatz, denkst du, das ist eine gute Idee? Ich bin mir da nicht sicher. Das ist natürlich eine tolle Idee. Wir waren noch nie auf einer Kreuzfahrt. Es ist eine großartige Gelegenheit. Ich weiß aber. Diese Dinge sind ziemlich teuer. Wissen Sie? Ich weiß nicht. Woher sollen wir das wissen? Wir sind nie hierher gekommen, um nach Informationen zu fragen. In Ordnung. Ich möchte auch mit einem Kreuzfahrtschiff um die Welt reisen. Sehen? Das wird großartig. Außerdem haben wir dort einige Ersparnisse. Und sie haben versprochen, dass wir dieses Geld für unsere Sommerferien ausgeben würden. Ja, aber wir könnten einen Notfall haben oder ich weiß es nicht. Nun, hören wir uns zuerst an, was er zu sagen hat. Und dann können wir es entscheiden. Vielleicht ist es gar nicht so teuer und wir können nur die Hälfte unserer Ersparnisse ausgeben. In Ordnung. Da kommt er. Mal sehen, was er zu sagen hat. Und dann entscheiden wir. Guten Tag. Es tut mir wirklich leid. Ich musste einen Anruf entgegennehmen. Einer unserer Kunden. Diese Zeit im Jahr ist ziemlich schwierig. Wir sind sehr damit beschäftigt, die Zweifel unserer Kunden zu beantworten. Mittlerweile möchte jeder eine Kreuzfahrt machen. Wegen des Sommers und auch der Vorteile. Wie auch immer, sag es mir. Wie kann ich dir helfen? Ich nehme an, Sie haben Interesse an einer Kreuzfahrt? Ja, wir sind. Ich meine, meine Frau möchte alles über diese Reise wissen. Nun ja. Eine Kreuzfahrt zu machen war schon immer einer meiner Träume. Also. Sag nicht mehr. Bei uns sind sie richtig, Mom. Und du weißt warum? Wir betreuen Dutzende Menschen, die zum ersten Mal in ihrem Leben eine Kreuzfahrt unternehmen möchten. Dutzende von ihnen kommen jeden Tag hierher, weil sie ihre Träume verwirklichen wollen. Lassen Sie mich mich zunächst vorstellen. Mein Name ist Clark. Ich bin ein Vertreter des Kreuzfahrtschiffes Dismi. Eines der bedeutendsten Kreuzfahrtunternehmen der Welt. Tatsächlich haben wir viele Preise gewonnen. Wir bieten derzeit auch hunderte von Kreuzfahrten rund um die Welt an. Ich möchte dich etwas fragen. Wohin möchten Sie reisen oder welche Orte auf der Welt möchten Sie besuchen? Haben Sie bereits darüber nachgedacht oder möchten Sie einfach nur an Bord gehen und die Vorzüge eines Kreuzfahrtschiffes genießen? Nun, wir würden gerne nach Europa, Asien und Afrika gehen, aber ich weiß nicht, ob das möglich ist. Wir haben Kreuzfahrtschiffe, die diese Kontinente umrunden. Und wir haben in diesen Tagen besondere Angebote. Nehmen wir an, Sie möchten nach Ägypten, dann brauchen Sie... Entschuldigen Sie, aber wir würden gerne etwas über die Preise erfahren. Wir müssen prüfen, ob wir das bezahlen können. Wir haben nicht viel Geld. Ich meine, wir haben unsere Ersparnisse und deshalb wollen wir es wissen. Oh, mach dir keine Sorgen. Wir haben unterschiedliche Preise, aber zunächst möchte ich Ihnen die Vorteile erläutern. Zunächst einmal unterscheidet es sich völlig von einer einfachen Reise, da Sie verschiedene Ziele besuchen können. Das ist richtig. Sie reisen nicht nur in ein Land. Sie könnten mehr als zehn Länder kennen. Und das alles in zwei, drei Wochen. Es ist einfach unglaublich. Und ein weiterer Vorteil ist, dass Sie es nur einmal auspacken müssen. Sie müssen nicht reisen, ein Hotel, Taxis oder Züge suchen oder teure Fahrten bezahlen. Sie nehmen alles, was Sie wollen, mit auf die Reise und können Ihr Gepäck im Kreuzfahrtschiff lassen. Sie können es in Ihrem Zimmer lassen, das übrigens einen luxuriösen Stil hat. Es ist einfach atemberaubend. Ein weiterer Vorteil sind die Aktivitäten an Bord. Sie haben eine große Vielfalt an Aktivitäten. Sie können schwimmen, Fußball, Volleyball und Hockey spielen. Wir haben auch ein großes Fitnessstudio, ein Spa und eine Sauna. Und viele andere Aktivitäten, die Sie auf dem Schiff finden können. An Bord wird es Ihnen nie langweilig. Das verspreche ich. Es tut mir leid aber. Was für Leute machen diese Reisen mit dem Kreuzfahrtschiff? Sie werden Menschen mit den gleichen Interessen finden. Ich verspreche Ihnen, dass Sie an Bord viele Freunde finden werden. Außerdem erwartet Sie eine große Auswahl an Speisen und Getränken. Aus verschiedenen Teilen der Welt. Unsere Restaurants und Bars sind die besten. Sie werden finden, was Sie suchen. Glauben Sie mir. Oh, und auch für Ihre Kinder haben wir viele besondere Orte, an denen Sie spielen und Spaß haben können. Wir haben keine Kinder. Wir haben gerade geheiratet und wollen unsere Flitterwochen verbringen. Oh, das ist perfekt. In diesem Fall haben wir eine romantische und exotische Kreuzfahrt. Viele Paare gehen jede Woche auf diese Kreuzfahrtschiffe und danken uns immer dafür. Nachdem Sie nun alle unsere Vorteile kennen, werden Sie feststellen, dass der Preis wirklich günstig ist. Diesen Monat haben wir ein besonderes Angebot. Der normale Preis beträgt 4000 Dollar. Aber allein für heute und morgen beträgt der Preis 2500 pro Person. Sie könnten keinen besseren Preis finden. Glauben Sie mir. Diese Chance sollten Sie jetzt nutzen. Wow, das ist irgendwie teuer. Ich dachte, es wäre billiger, aber. Aber wir haben das Geld. Das ist genau der Betrag, den wir von unseren Ersparnissen haben, Schatz. Ja, aber die Idee war nicht, das ganze Geld auszugeben, das wir gespart haben. Ich wollte etwas investieren. Komm schon. Du hast versprochen, dass wir gehen würden. Bitte. Wir haben das Geld. Können wir das zuerst besprechen? Ich meine, zu Hause? Warum reden wir nicht darüber? Was müssen wir reden? Lass uns gehen. Du lebst nur einmal. Ich will meine Flitterwochen. Ja, aber. Entschuldigen Sie, mein Herr. Können wir zuerst darüber sprechen, damit wir Ihnen eine Antwort geben können? Natürlich. Das Sonderangebot endet jedoch bald. Es ist begrenzt, wissen Sie. Und wir haben Leute, die auf einen Platz warten. Wenn sie also später kommen, ist der Preis vielleicht höher. Nein, nein, wir werden es nehmen. Geben Sie uns bitte die Bankkontonummer an. Ausgezeichnete Entscheidung. Sie müssen lediglich einen Vertrag unterschreiben und das Geld einzahlen. Das ist es. Ich bringe Ihnen die Unterlagen und dann ist alles bereit. Glückwunsch! Ich habe dir gesagt, dass es großartig werden würde. Und das ist es auch. Nun, wir haben unsere Ersparnisse nicht mehr. Aber wir sind zumindest glücklich. Lasst uns feiern. Ja, darum geht es im Leben. Dieses Getränk ist unglaublich. Es war schließlich eine gute Entscheidung. Also, ich habe es ja описании. Ich habe ihn hier. Ich habe ihn. Ich habe ihn zu. Vielen Dank.